Gut, Schatz, was ist denn los jetzt hier? Korniger Frischkäse. Was? Müsstest du wissen. Scheiße. Ach, das ist doch... Der kennt jede Pflanze der Welt, jede Blüte dieser Welt, dieser Erde. Ist ja fast das Gleiche. Gerberast. Was ist sein Lieblingsessen? So viel, so viel. Korniger Frischkäse. Was? Nein, falsch. Ja, irgendwas mit Protein, irgendwas Gesundes. Gesunde Ernährung ist dein Lieblingsessen. Es gibt ja auch nicht das eine Gericht. Gibt es? Scheiße. Schöne Pasta, sie hat letztens Bolognese gekocht. War sehr, sehr lecker. Gut, das war nicht so gut. Jetzt bist du da. Was bin ich von Sternzeichen? Gut, Skorpion. Das hatten wir ja schon, ne? Ja. Ja, easy. Wie sehe ein perfekter Tag für Jan aus? Aus schlafen. Bevor man das Bett verlässt, kuscheln. Dann Kaffee. Frühstück. Tomate, Avocado. Gekörnter Frischkäse. Und vielleicht ein Spaziergang mit Buddy, mit seinem Hund. Klingt gut. Dann gehen wir nochmal bei deinem Papa vorbei oder bei meinen Eltern vorbei. Also einfach ein schöner Alltag. Bestens noch ein bisschen Sonne. Mal auf den Balkon chillen. Musik hören. Gut, das hatten wir natürlich jetzt zwei Monate lang. Also ist perfekt. Ja, wieso einfach nicht? Aber dann hatten wir auch so viel Action machen. Abends auch mal dann vielleicht tanzen gehen zusammen, ein bisschen Feuern gehen. Freue ich mich auch so. Ja, echt? Wann habe ich Geburtstag? 14.11. Gut. Boom. Was ist die Lieblingsfarbe von Jan? Oder hatten wir? Doch, hatten wir. Müsstest du wissen. Scheiße. Was? Hm? Nee. Ja, ich würde jetzt eigentlich sagen grün. War es falsch, ne? Ist falsch. Ist blau, oder? Ja, ist eher blau. Gut, Schatz. Was ist denn los jetzt hier? Ja, gut. Na gut. Auf was kann Sharon am wenigsten verzichten? Auf ihre Icos. Ach, krass, nö. Was? Zucker? Ach so, ja, Zucker. Stimmt. Aber Icos ist auch vorne dabei. Also muss man schon sagen. Oh, auch gut. Musst du auch wissen. Welche Reiseziele hat Jan noch? Jamaika? Südafrika? Ja? Mhm. Komm, einmal. Ja. Ja. Du warst noch nicht, also New York und so, aber ich würde es schon mal gerne hin. Südamerika ist noch vorne auf. Ja, ist ja fast das Gleiche. Ist Sharon gegen etwas allergisch? Und wenn ja, was? Boah, ich habe einfache Fragen. Ja, finde ich auch. Fisch. Extrem Fisch. Da geht es richtig rund. Ja. Stimmt. Wann hat Jan Geburtstag? 21. März. Kogel. Und er ist wieder. Das passt so gut, glaube ich. Mal gucken. Weiter. Wovor fürchtet sich Sharon am meisten? Also, es ist einfach irgendwas mit, also Tiere ist schon ganz weit vorne dabei. Ohne die zu gehen, es gibt schlimmere Dinge im Leben, die passieren könnten, glaube ich. Aber die kleinste Spende ist schon Feierabend, da wird rumgeschrien. Stimmt? Stimmt. Oh, was sind seine Lieblingsblumen? Ach, das ist doch, der kennt jede Pflanze der Welt, jede Blüte dieser Welt, dieser Erde. Hm. Ich habe aber auch keine genau. Also, es gibt so viele schöne Blumen. Aber? Oder dann sagt, dann sagt deine. Gerberass. Gerberass, vor allem. Ich komme mir an. Ich komme mir an. Welche Schuhgröße hat Sharon? Unterschiedlich, je Marke, hat sie mir schon erklärt. Weil es gibt diese magische Grenze. Manchmal ist es 40, das ist doch unangenehm. Deswegen eher 39, sag ich jetzt mal. Das kaufen wir. Das ist 39. Auch 38, hat sie mir gesagt. Ein halb. Hat er 10 so. Oh, da müsstest du raten. Aber was ist Jans liebste Jahreszeit? Ich sage, Herbst. Nee, schon Sommer. Schon Sommer. Du hast mir gesagt, wie gerne du im Winter am Marschsee joggen gehst. Und dann. Und jetzt sagst du Herbst. Das macht ja gar keinen Sinn. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Alles klar. Was ist mein Lieblingssong? Oh, kack's jetzt nicht. Wie? Du hast so viel. Nein, stopp. Ich habe, nein. Das muss ja. Und wie heißt das? Warte. Ja, genau. Diese eine, ne? Ja. Ja, ich weiß es. Candy Rain. Candy Rain, ja. Oldschool. Soul. Ja. Ihr wollt mehr von meiner Reise als Bachelorette sehen? Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren und zu den weiteren Videos gelangt ihr hier. Übrigens eine Woche vor Ausstrahlung könnt ihr auf RTL Plus euch ganze Folgen anschauen. Und dann können wir den Kanal abonnieren und zu den Kanal abonnieren.